Mündlicher Vertrag Ein mündlicher Vertrag gilt aber nicht Jan, du musst eigentlich nur sagen Ich mach dein Audi kaputt Wenn du nicht Vertrag gibst Dann schieße ich ihn Klatsche Dein Audi ist ihm mehr wert als sein Leben Dein Leben, wenn ich das bitten darf Also wenn du Einen extrem alten, abgerunten Opel fährst Und du seit 10 Jahren nicht mehr gepflegt hast Dann tut es dir nicht weh Dann ist das scheißegal Aber wenn du so einen schönen Audi A8 hast Und gepflegt Dann tut es weh Also wir haben schon mal keine Patrisane im Wigner Team Gut, also wir werden hier keinen Fetz erleben Der Ich weiß nicht Der jetzt mit drei Pionieren rumläuft Und mit zwei Wärfen und die ist geburt abfackelt Äh, Jan Alter Was ist das im Hintergrund? Ich würde gerne rausgehen und Leute zusammenschlagen Ne, 220 Ich muss ja mehr werden als Masterchef Hetzt, setzt Mikro Ich hasse Menschen Die mit Musik rumrennen Ich hasse sie Hallo, ich wohne an der Hauptstraße Was erwartest du? Ähm Ich muss was sagen Ich liebe, wenn man Ich liebe das, wenn Leute Musik hören Mit Kopfhörern Das Geniale ist gewesen Ich war, das war jetzt letztes Jahr gewesen Auf dem Weg zur Uni Ich sitze in der U-Bahn Da ist ein Typ mit seiner Bluetooth-Box und dreht sie auf mindestens 100% Auf mindestens 100% Ja, hat sich nach mir angefühlt Hat sich nach mir 150% Energie Und Masterchef, du kommst mit mir Eine Minute lang hat niemand was gesagt Alle haben ihn angestarrt, aber niemand hat das gesagt In der zweiten Minute kam ein Typ, ganz schön breiter Typ, da kannst du die Musikleiter drehen Kein Bock drauf Zehn Sekunden später war der Bluetooth-Lautsprecher auf dem Warnsteig Finde ich gut, das ist eine Sache, die man auch durchziehen soll Weil ich hasse Menschen, die sowas durchziehen Du kannst die Musik auch nicht hören, aber ich störe die Warten dabei Ja Der stellt einfach den Regler auf 11 Ach, das erinnert mich an früher Song-Request, was ja inzwischen ja tabu ist 30 Grad Das war eine sehr schöne Zeit Jan, da hättest du sogar deine Songs in den Song-Request packen können Welche Songs? Egal, von YouTube Egal welchen Vollkommen egal Die nicht länger als 10 Minuten gehen Das stimmt Und kein Rap Boah, ist kein Rap Kein Rap Verdammt Für Song-Request Weißt du, das war ja anders hier Hier muss ich das ja mit dem OKW war das ja mit dem LKWs Genau Ja Du musst dir einen LKW bestellen Und mit Hilfe ist es gewesen Du schätzt die Genau Genau So war das Wenn der Maus-Intensiv geht, ist ein bisschen zu hoch für das Spiel Oh nooo Alter Lauf Oh scheiße Tschüss Ciao Er hat mein Abspaar Ich dachte schon, das wären drei bei uns Oh, der Amerikaner ist auch hier Amalekana Was ist kein Stargold Rap Was soll denn bitte ein Stargold Rap sein Auf was für Ideen kommst du, Shaki Welcome back, illiterate So was wie Mute Funktion in real life wäre hilfreich Oh ja Oh ja Das waren noch Zeiten, wo Leute den Saft rausgehauen haben Ja Das waren noch Zeiten Ich liebe es, dass jetzt der Zaun Die Mörsergranaten, der voll explodieren lässt und kaum Schallanrichtet Lalalalalalalalalalala Frederico Frederico Bereit machen zur Bewegung Ja, du sollst es da spielen Was denn? Und das da oben Boah, ich hasse das Boah, jetzt ziehen die sich zurück I hate it all Das war den Lehrer Muten Das wäre ein bisschen dreist Lehrer Muten Kriegst glaube ich dann den Weg Die hauen ab vor mir Warum habe ich das jetzt in Mauer? Wenn man ihn nicht hört, dann kann man auch keine 6 bekommen Ja doch Irgendwann kannst du ja schreiben Wir kriegen ein bisschen viel Treibstoff, wenn ich das auch merken darf So gut Wäre ne, dann würde der Chat richtig leben Ja, ich weiß Kann ich jetzt auch nichts für Hab halt vergessen, das letzte Mal zu bezahlen Wir wissen ja In Wahrheit ist Nede nur da, weil ich regelmäßig sie als Schauspielerin bezahle So, jetzt ist es raus Alter, was ist das denn? Los geht, Bewegung, Verschiebe Zielt auf die Schwarzstelle Panzer ab, die Raketen auf dem Feld Panzer zerstört, Feuer, guter Schuss Neuformieren Nein, da war noch ein MG-Nest drin Gleich kommt der Luchs, gleich kommt der Luchs Du kannst ruhig ins Haus eingehen Da kommt der Luchs Wieso kann ein Rekruten-Torpe mein Auto töten? Okay, wenn da wäre ohne Ton, kann ich jetzt alles Mögliche erzählen Ja Du kannst mal das MG ins Haus stellen Also meine, Schacklack-Wolf redet mal mit Kitty über Bonds Keine Ahnung Dann leicht ist ein bisschen zu nah an der Front Was? Ah! Oh nein, nicht schon wieder Alter, das ist echt geil Echt geil Der soll sich zurückziehen Der eine soll bleibt hinter dem Holzmauer stehen Nice meme Ich würde jetzt gerne mein Püppchen wieder... Der das Püppchen ist abgehauen Moment Ah, da ist der Mörser Da ist der Pack 9 im Achtung Das sind zwei Mörser Ja Oh, da ist ein ziemlich großer Infanterie-Balk Ich hau da rein Wo ist's? Muss aber hier abbauen Neu im MG öffn, fangt ihr meine SG bitte Ich versuchs Was? Hat nicht geklappt Leider Ich hätte aber gerne jetzt erstmal lieber den Treibstoff Was? Die Geschützbedingung verloren? War ich schon wieder eine Geschützbedingung verloren? Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier gebombt Wieso? Ach da Ja, wenn die dort drei Mörser haben Also zwei Mörser schon Und zwei Mörser Ehm, Chat, ihr müsst jetzt das übersetzen Wie gesagt, Kitty hat den Ton aus Also... Krieg aufs Nase Ah, das willst du auch holen Among Us Wollte ich dich auch holen, aber keiner will spielen Am Ende werde ich genötigt Ich sehe das schon kommen Darf ich dich auch nötigen? Und du kannst das nicht Du hast nicht die Mittel Doch, ich kann nicht nötigen Äh, ich kauf's dir dann Ähm Ah, die war schon vor Du brauchst dir abziehen, abziehen, abziehen Und baut dann die Gebäude Okay, da hast du schon ausgebaut Keine Sorge, dass es gibt Unterstützung Äh, ich würd gerne mein Püppchen jetzt wiederholen Alter, der, der grad werfen wollte, ne? Ist klar Bumm, tot Geht noch mal ein bisschen auf dem Fahrzeug Ja, glaub ich Schack, zack, so professionell Ach so, das ist ein neuerer Basen Scheiße Nein, dann willst du jetzt den Püppchen nehmen oder nicht? Ja, will ich, bin ja auf dem Weg dahin Äh, deine Truppen stehen davor Ja, jetzt müssen die richtigen sein Weißt du, wie teuer die sind ja beim Refreshen jedes Mal Das ist vollkommen korrekt, dass das nicht Star Wars ist Wer hat auch behauptet, dass ich hier nur Star Wars spiele? Weil das gleiche wie die Raumschlacht immer noch heißt Ja, und es gibt sehr viele Spiele, die im Weltraum spielen Das aber nicht Oh yes, but actually no Äh, Everspace Abgeschlossen Bara, vorwärts Nein, Bofo Du meinst, du kannst dich hier reinballern Liegt im Auge des Betrachters Ja, das ist Ja, da wird jetzt hingeballert Vorwärts Nein, der hat eigentlich eine Bofo stehen Aber hier ist die Packung Das war ein schöner Treffer Aber das Spiel noch als Battlefront angeben Nein, es steht Company 4 ist drin Bei mir steht auch noch Battlefront drinnen Man könnte irgendwer mal die Webseite aktualisieren, um das zu verifizieren Es wäre... Das ist ein schöner Treffer Das ist ein schöner Treffer Aber die Truppen sind gerade hier echt am Bluten Oh, oh, oh Jawoll, weg bitte Ein Mörser eliminiert Achtung, hier kommt zwei Truppen Was? Ein Medicwagen steht da hinten, ne? Und, und, und Wurde zu starten Nee Hatte Medicwagen gekriegt Sehr schön Und im Achtung, steht immer noch Battlefront drunter Im Moment mal Äh, ich ziehe mich mal kurz ein bisschen zurück Ich muss das mal kurz gucken, ob das irgendwie Fehler von Twitch ist oder bei mir? Alter, Top-Mörser Alter, ich will doch grad mich zurückziehen So Ja, hier steht Company Videos Hä? Bei mir steht Company Videos Ah, jetzt komisch Habe ich vergessen auf das... Nee, kann nicht sein Vorwärts Wird entfolgt Okay, tschüss Lustigerweise, ich glaub ich hab immer noch mehr Follower als Raufhaus Ich hab jetzt mal bei euch geholfen, die Seite aufzuräumen Wie wär's... Du hast bei denen geholfen Ich weiß, wenn du mal... Ja, ich wär mal Karpette der der Front langgelaufen Äh, Jan, bitte erobern Nicht verfolgen, einfach erobern Okay So So Kann wir gleich einen Panther besorgen Pan, Feig, Begröße, ey Schon Oh, Minipanzer 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 Alter Ich verlegte Truppen Machen wir uns... Also Ja, renn halt genau in die Feinderei, dank Du Mongo Du Mongo Du mir mal einen von der Immerser, ne? Ich clown, man Mach's da schiefes Bunker, glaub ich mal kurz Was ist? Ich... Ich bin einfach mal so dreist und... Alter, wie viele Minen hat der denn? Oh mein Gott! Hilf uns nicht! Wer ist die Flache? Was? Achte zuerst auf kritisches Und dann weiter Für ein König Renadiere Einsatzbereit Bring ich euch um Habt ihr jemals gerochen, bis das... Kommando Halbkettenfahrzeug wurde dauerhaft zu stationären Posten umfunktioniert Und das ist von einem G Und zwar liegt das eine Ja, perfekt Hier ist der T-70 Ok, raus T-70 hat schon meinen Motorschaden bekommen Ha, ich hab einen Königlichen König... Ne, stimmt gar nicht Ich hab mich freigeschaut Aber, du bist so ein bisschen früh 14 Minuten, das ist aber geil Au, au, au Au, au Ich versteh das nicht, weißt du... Jedes Mal, wenn ich sowas... Ja, ist klar, fick dich doch Jedes Mal, wenn ich sowas... Da ich hingestellt habe Das Fenster guckt dich in die richtige Richtung Boah, verkacke Du hast das falsche Haus ausgewählt Du hast dich ins Falsche ausgesetzt Was war... was war... was war denn ein Potzer? Na, ist M-G ausgeschaltet Wie viel... In welcher Richtung guckst du, Päppchen? Achto, bereit machen... Ja natürlich, nach der Arsch der Welt oder was Voller Stärke Was ist ein Problem da mit dem Panzer? Uff Pass auf Wenn der Russe kommt doch Moni zu holen Na, der kommt nicht, um mich zu holen Fahrer, vorwärts Also du bist doch kein Russe, das sind Brite und glaube ich... Na doch, ein Brite und ein Russe Da war doch ein 2076 in der Nähe, also auch krass Hm... Was ist jetzt die Frage? Elite-Truppen kommen zu deiner Unterstützung Ja, der ist weggeballert Alter, ich hasse das Ding Rückzug! Rückzug! Kriegst du den mit dem Panzer IV zerstört? Ey, ohne Infanterie-Unterstützung würde ich das nicht machen, weil da zu viele Packs noch von denen rumstehen Oh, scheiße Pfeil bis hin zurück Lass dich nicht zu weit reinhauen Ah, weiß ich nicht Fock, da kommt schon ne Pack angelöst Der ist aber vielleicht hier weg Mach mal auf, der UN-Online-Pillen-Lux Mach mal auf, der UN-Online-Pillen-Lux Wer guckt, da steht noch 3 3 3 4 stehen 2 Packs UN-Online-Pillen-Lux Wir könnten das timen Also, weil, wie gesagt... Okay, das sind 3 Packs So, okay Oh, verdammt Okay, gut Wo ist eigentlich die andere Einheit von mir? Ach! Die ist auch da Ich hab' einfach irgendwie kaum kaum Sterne, kaum Kampfkraft verursacht Hat er Amerika aufgegeben, was zu machen? Kann gut sein Vielleicht ist er kurz auf, komm Das ist ein Fahrzeug Ach, Digga, die scheiße Pass auf die Pack auf, pass auf die Pack auf Pass auf die Pack auf Hinter dir, hinter dir Fahr, fahr hier rüber, fahr hier rüber Oh, wird das schön Ja, ist hier keiner Ich bin unterwegs Machen wir doch einen kleinen Gegenruf Achtung, nur ne Ja, ist es Fall zurück Fall zurück Das ist zu viel Pack Jan, rückwärts, sofort Einfach nicht weg Einfach nicht weg Mit dem Plätze Alter, ich hab' leider kaum gestempft Das ist so scheiße Ja, ist klar Aber der Lux hat immer noch mit Mutterschauen rum Au Hier ist halt Ja, die ganzen Packste Alter, wie viel Luchs und Infanterietrupp verloren, ey I hate Der Panzer für Silietrupp irgendwo verloren Weil die überall in den Gebäuden stehen, das ist, dass sie dort sind Jetzt Ja, ist klar Da kommen die Raketen runter Ach, was bist du Wir jetzt mal die Packer so ein bisschen wegrollen und jetzt erst mal direkt eine artillerie bauen ich schicke beim panterlech rüber das ist so viel zu viel ärger stehen bleiben ich das ist doch ach das ist ich habe mich in den zahlen verdrückt was schießt die die macht die mauer kaputt mehr die zirne ein tier so als rechten tiger kein ordentlicher tiger daher jetzt kommt ein ordentlicher ich komme mit meinem panzer fieselieren es ist der nächste t70 oder das ist ein anderer wieso auch sich genau dahin lustig der hier ist notwendig um den hier zu besitzen wusste ich gar nicht wirklich ja dann ist der nämlich auch gekapselt knapp so jetzt kommt ein könig achten leute die franken eine so habe ich erwischt eine susi ja komm mal Alter, ist klar. Einen Katjuscha-Treffer und schon ein ganzer Trupp wieder verloren. Was ist denn mit den Falsch? Fahr weiter, fahr weiter, König. Boah. Ja, ist klar, ne? Danke. Das war nicht meiner. Das war mein Nebelwerfer. Da ist ein fucking Flugzeug eingeflogen. Ja, aber nein, ich meine, das war nicht mein Flugzeug. Ich weiß, irgendein Flugzeug war das. Ich verstehe das. Was, die alles auf den Tiger geworfen? Haben die einen Tiger gesehen und so? Da haben die ein Meer drauf geworfen? Alter. Was ist denn mit dem Flugzeug nicht bündelt? Ja, ist klar. Wieso, 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 wieso? Fuck, 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 fuck. Boah, nein! Nein! Boah! Du knapp. Diese Wichsfrösche, die gehen mir grad so unglaublich auf den Sack. Nein! Achtung, zieh die Platte raus. Boah. Wichsruh... Huren... So knapp, jetzt. Das ist ein eher böser Job oder eine sehr böse Beleidigung. Also der Job ist nicht sehr schön, vor allem jetzt in Corona, da... Das haben wir in dem Fall vergessen. Boah, Alter. Hi, Kenny. Das ist so, ja, du bringst einen Tiger auf dem Feld und schon erst mal das erste Mal, ja, ich fahr alles rein, um den zu töten. Da kommt Artifuer hin, Leute. Ja, ach, das, ja. Ja, ach, das, ja. Bewegung, los! Bewegung, schnell! Ach, hier geht das runter. Jetzt kommt, jetzt kommt es von einem Morg. Bitte, Bartz-Badetöne von einem Morg. Das sind, ähm, News. Ja, ist klar, Hauptquartier! Boah, wie lange habe ich schon kein Hauptquartier mehr gesehen? Ja, jetzt schießt auch noch eine Katja drauf. Die Männer sind konzentriert, neu formieren, neu formieren, stellen, Alter, die Leute in die Mitte! Oh, Gott, die hat sich kaputt gemacht. Ja. Oh, mein, auf der wohl ist was zu stürzen. Boah, mit was beschädigt? Nicht einmal davon stehen lassen. Jan! Ja, ich... Ich glaube, das ist ja auch ein Problem dazu, irgendwie effektiv mal Infanterie einzusetzen, muss ich sagen. Wo wär's? Oh, Gottchen. Letztes, noch demnächst, ob ich das auch jetzt hier auf... Äh, hat sich die Ablacken machen. Hab ich? Hatte ich. Ja, hat irgendwie nicht... Gut. Hat sich nicht so angefühlt, wenn ich zu sein. Hat sich nicht so angefühlt. Das ist der T-70, die immer noch lebt, Leute. Ja, aber die verlieren hier gefühlt alles, weil die wirklich verdammt koordiniert agieren. Hm, das muss auf der eurer Seite. Auf unserer Seite ist das nicht so halb. Das ist so ekelhaft. Ich würde... Kannst du bitte mal die Wauer wegmachen, ey? Mit dem Panzer Master Chief. Je, je, je. Doch! Du hast da direkt ein Leben stehen. Mach ich doch schon. Einfach umfahren. Noch einmal. Achtung, Katja schießt. Schick sie mal dahin. Hä? Achso, okay, ja. Was? Deswegen. Hallo, so vielen Dank für den Sub. 18 Monate. Machst du ja schon Silber und Kokon. Okay, hat ein Faunus-Badge. Dann ist es klar. Trotzdem, 18 Monate. Das ist schon nett. Ich hab neun König. Noch einen, den wir nicht machen. Da ist das. Ganz im Prozess, du hast im Podcast gesagt. Was denn hängt? Da hab ich? Ja. Ja und? Alles gut bei dir? Ja. Ich versteh das nicht. Aber gut. Da ist jemand, glaube ich, ein bisschen. So fragst einer nicht, dass du dein Handy in der linken hast. Ja, weil ich in der rechten meinen Schlüssel hab. Gibt halt... verschiedene Möglichkeiten, sowas zu tragen. Lustigerweise, wenn ich beim Sport... mit meinem Sport hab ich auch an der linken genommen habe. Hallo, sie haben sie. Ja, ist klar. Jetzt kommt ich schon wieder mit der Scheiße. Ja, 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 ja. Wie wir sind, wenn du das Ding woanders hin fährst. Da kommt die Panther. Ach, der hat ne... Was war das denn jetzt schon wieder? Meine Treuertruppen. Achtung, Such. Fax. Ah, meine Speerspitze ist bereit, aber... was muss ich zu blicken werden. Äh, knowledge. Ja? Ja? Ja, ist es, ist es. Achtung! Vorwärts, Ange, in an der Funke! Halt, der ist weg! Schäf, die Göttingen uns! Nein! Schäf, die Göttingen uns! Schäf, die Göttingen uns! Rück zu! der ist alles voller miene alles voller miene ja nicht so weit vorne an der front reparieren ist nur park ich habe ein erst in einer m4 und jetzt schon mit einer wäge an meinen knüte von da hast du fick also dass wir sagen also wir sind schon voll rappelvoll weiterfahren ja ein pax haben hier enorme reichweiten also ich hatte irgendwie das gefühl das match war die ganze zeit viel knapper weil ich vielleicht liegt daran dass wir dieses match einfach nichts hinbekommen ja bei uns auf der seite war es auf jeden fall wir haben sehr viele verloren ich habe tonnenweise von truppen verloren ich auch tonnenweise und direkt haben einfach schon wieder in köln fakt halt einfach veräst also ich respektiere es dass du sie schon bis zur basis zurückgedrängt hast aber achtung von hinten setzen hat alles hier ich habe ja das war so wie bitte konnte ich nicht verstehen gruppe voll und ja wir mussten schon zwei rauswerfen dann hat es sich extra wieder installiert so alles das ist der spezialisers da ist immer noch eine kleine karte die kleinen karte und gewonnen alles einstellen die schlacht wurde gewonnen ich hab so viel verloren ich hab glaub ich kaum damage gemacht ich krieg immer noch geld ach mein könig steht da und schießt ein bisschen Jan hat mehr damage gemacht als ich da würde eher einer für fehlen ja ja das stimmt ja wenn du noch einen auftreibst so könnten vielleicht ein 3-3 internes machen schlecht boah ich hab so scheiße gespielt ja 55 kills über 260 to 50 tode